Wer bist du, sprich, du, dessen Flammenblick so schneidend scharf wie die Spitze des Dolchs und glutsprühendes Feuer brennt und senget die Seele? Ich bin der Geist des Lebens, bin der Geist, der dir Trost bringt. Ich schaffe alles dir, Macht und Glanz, Glück und Lust. Erfülle jeden Wunsch, den sehnend du erdenkst. Wohl an, seltsamer Gast, deine Wunder lasst sehen. Margarete, welch ein Traum, ist es wahr? Ach, welch ein reizendes Wesen, welch lieblich Engelsbild. Schon gut. Ich führe sogleich dich hin zum berauschend süß duftenden Stübchen, wo sie ruht, die so heiß geliebte. Dieser Schatz, glücklicher, ist dein. Rette sie! Eile! Hilf ihr, Verworfener! Wohl hab ich Macht genug, diesen Kerker zu öffnen. Doch was empfing ich schon von dir für diesen Dienst? Was forderst du? Von dir? Nur ein paar kurze Worte hier auf dies Pergament. Ich rette Margarete sofort, wenn du schwörst und den Pakt du unterschreibst, dass morgen du mir dienst. Es regnet Blut. Der Hölle mächtgescharen, lasst dröhnend eure Siegestrompeten schallen, denn er ist mein. Entsetzlich! Ha! Sieger bin ich! Die Bibel�을-Gartnerin vonいい! Der Hölle mächtgescharen, dass gemstegre, die Spielberg am Heilig und Schö丁end nicht ihn verschws. Vielen Dank.